Er wollte seine Frau versöhnlich aussuchen und frei reden dürfen. Die Bitte wurde gewehrt und dann hatte er sozusagen noch ein Teil, wo er auch eine ortsantische Prinzessin sein dürfte. Er sagte, dass er sozusagen eine unglaubliche Bitte der Mann ist. Und er wusste, dass Heiraten innerhalb der Familie zum Ausschirmen von dieses Video kann. Und er wusste auch, dass er in den ganzen Planen...